Hallo liebe Minifigurenfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um einen meiner Lieblingscharaktere aus Star Wars und er ist auch eine meiner liebsten Lego Star Wars Figuren. Es ist nicht Anakin Skywalker, sondern Darth Vader. Er war nun nicht mehr Anakin Skywalker, er wurde Darth Vader. Genauer gesagt dreht es sich heute alles um die verschiedenen Varianten der ersten originalen Vader Figur aus dem Jahre 1999, die so aussieht. Davon gibt es insgesamt tatsächlich 8 offizielle Figuren, 2 davon besitze ich noch nicht, aber werde ich bald besorgen. Im Wesentlichen unterscheiden sie sich nur durch den Kopf. Außerdem gibt es noch 2 zusätzliche Varianten, bzw. nur eine, weil die andere eigentlich von einem Kugelschreiber stammt. Das ist keine offizielle Lego Minifigur, aber sie ist offiziell von Lego und LucasArts lizenziert. Sie sieht allerdings aus wie eine absolute China Fake Figur und ich frage mich, warum Lego dem zugestimmt hat, aber gut, das soll mal nicht unsere Sorge sein. Sie zählt also nicht wirklich, aber ich fand es witzig, da sie natürlich auch der ersten Version von 1999 nachempfunden ist. Von den derzeit 29 offiziellen Lego Vader Minifiguren habe ich bereits 23 Stück zusammengesammelt. Sobald ich sie alle beisammen habe, werde ich auch dazu nochmal ein Zusammenfassungsvideo drehen. Nun aber endlich zur eigentlichen Figur des Videos, der wahren Variante. Diese habe ich auf Ebay geschossen und ich bin gespannt, dieses seltene Stück mit den anderen Figuren zu vergleichen. Zum Hintergrund. Bei der Variante handelt es sich um die sogenannte Silver Just Version, SW004X. Es ist quasi die erste Version, die wir so in der Art zumindest mit dem Torsoaufdruck seit 1999 kennen. Es wird angenommen, dass es sich hierbei um eine Art Missprint handelt, also einem Druckfehler. Wie man hier im direkten Vergleich hoffentlich gut erkennen kann, sind die Farben sozusagen vertauscht. Der Print der ersten Vader Figur hat das Weiß-Silber eher im inneren Bereich, während der äußere Druck grau ist. Bei dieser Variante ist es jedoch genau umgekehrt. Wie so etwas passieren konnte, darüber wird spekuliert. Zum Beispiel, dass die Druckmaschine möglicherweise falsch herum befüllt wurde, was natürlich Sinn ergibt und tatsächlich der Fall gewesen sein könnte. Da hat wohl jemand im Werk geschlafen. Allerdings ist mir etwas aufgefallen, denn bei dieser älteren Version des Vader Schlüsselanhängers haben wir im Grunde dieselbe Figur. Und siehe da, der Druck ist exakt derselbe. Ich bin mir nicht sicher, ob es da Zusammenhänge gibt. Zunächst dachte ich, es könnte einfach der Torso der Schlüsselanhängerfigur sein, der dann ab Werk als Variante im Umlauf kam. Aber ich glaube, das ist nicht möglich, da der Kopf und der Torso bei der Schlüsselanhängerfigur durchbohrt sind, damit der Metallstift hindurch passt. Das wiederum weiß ich nicht zu 100%, da ich das bisher nicht überprüfen konnte. Da ich das Polybag nicht öffnen möchte, werde ich wohl nach einer losen Version Ausschau halten, um sie auseinanderzunehmen. Es sei denn, einer meiner Zuschauer hat vielleicht schon mal so eine Figur auseinandergenommen und kann mir genauere Informationen zukommen lassen, wie der Torso eigentlich beschaffen ist. Denn bei meiner Variante ist das ein ganz normales Halsstück mit dem Lego-Logo oben drauf. Außerdem wäre es interessant zu wissen, ob es in anderen Schlüsselanhänger-Polybags eventuell auch zwei Varianten gibt. Das habe ich bis zum Abschluss des Drehs noch nicht recherchiert. Also der Aufruf geht an euch da draußen, wenn ihr eine solche Figur oder eines der Polybags habt, schaut doch bitte mal nach und teilt hier gerne mit, was ihr entdeckt habt. Noch eine interessante Info, die allererste Vader-Figur aus dem Jahr 1999 hat einen sogenannten Light Grey-Aufdruck und einen Light Grey-Kopf. Sie hat die Bricklink-Nummer SW0004 und ist in insgesamt fünf Sets erschienen, unter anderem auch in dem legendären Set 10123. Die Figuren ab 2004 haben dann den Druck in Light Blueish Grey und auch der Kopf ist in Light Blueish Grey gemoldet, wie diese Version aus 2004 mit der Bricklink-Nummer SW0004A, die in insgesamt zwei Sets erhältlich war. In 2005 kam dann die Light Up Vader-Figur, die ein fast eigenes Farbschimmer hat. Wenn man sie mit den anderen Figuren vergleicht, wird der feine Unterschied sichtbar, es ist wohl aber eher eine Nuance des Light Blueish Grey. Der Kopf wurde zudem ohne Augenbrauen bedruckt, die Figur hat die Bricklink-Nummer SW0117, umkam in einem Set und dem Nürnberg-Täufer-Exclusive-Polybag, dem ersten Star Wars-Polybag überhaupt. Ein Video zu allen Light Up-Figuren findet ihr hier oben verlinkt. 2005 gab es auch eine Version, wo der Kopf ohne Augenbrauen ist, sie hat die Bricklink-Nummer SW0123. Besonders witzig finde ich, dass es diese Version auch ohne Umhang gibt und genau diese fehlt mir noch in der Sammlung. Diese gab es nur in einem Set. Der nächste Vader aus 2006, wieder Light Blueish Grey, aber mit anderem Kopf, kam ebenfalls nur in einem Set und trägt die Bricklink-Nummer SW0214. Diese Figur fehlt mir ebenfalls. Dann gab es noch eine Version aus einem Uhren-Set von 2007 mit der Nummer 9001765. An der Stelle Achtung, es gab mehrere Versionen der Uhr, aber nur in dieser speziellen Verpackung war der typische Vader mit dem Torso im alten Stil enthalten. Da bin ich mir allerdings nicht sicher, was den Torso angeht. Mein Torso hier hat offensichtlich einen Light Grey-Aufdruck, also den dunkleren und nicht Light Blueish Grey. Könnte also ein Torso-Swap sein. Bricklink-Nummer SW0386. Und zu guter Letzt gab es die Figur in dem Stil in 2019 mit dem 20 Jahre Jubiläumsaufdruck. Hier hat man die Figur identisch der aus 1999 nachempfunden, zumindest was den Kopfdruck und so weiter angeht. Das Farbschema aber entspricht auch wieder dem ab 2004 in Light Blueish Grey, auch in leicht feiner Nuance, kaum erkennbar. Diese Figur hat die Bricklink-Nummer SW1029. Lasst mich gerne eure Meinung wissen und zeigt mir, ob ihr das Polybag oder die Torso-Variante habt und was ihr darüber denkt. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche uns allen noch einen schönen Tag. Möge die Macht mit uns sein.